Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Walter Wenck, Hitlers letzte Hoffnung. Der Historiker Ian Kershaw urteilte einmal, Wencks Handlungen in den letzten Tagen des Krieges zeigen nicht nur sein militärisches Geschick, sondern auch ein tiefes Verantwortungsgefühl gegenüber den eingeschlossenen Soldaten und Zivilisten. Sein Versuch, Berlin zu entlasten, war zwar letztlich vergeblich, doch eines der wenigen Beispiele für echte Sorge um das menschliche Leben inmitten des Chaos. Über die Schlussphase des Zweiten Weltkriegs in Europa generell liegt, soweit es die militärischen Geschehnisse auf deutscher Seite im Osten im Kampf gegen die nach Mitteldeutschland vordringende Rote Armee betrifft, immer noch weithin ein Schleier. So blieb auch eine der militärisch wie politisch interessantesten Episoden, die als Faktum bekannt ist, in vielen Einzelaspekten ungeklärt. Der Endsatz vorstoß der aus Divisionen junger Soldaten bestehenden 12. Armee unter General Walter Wenck in Richtung auf das von der sowjetischen Armee eingeschlossene Berlin, in dem Hitler im Bunker unter der Reichskanzlei bis zuletzt auf den Erfolg dieses letzten deutschen Aufgeburts wartete. Wenck, bekannt für seine strategische Weitsicht und taktische Flexibilität, war sich der aussichtslosen Lage Berlins bewusst, als die Rote Armee die Stadt umzingelte. Dennoch entschied er sich für einen mutigen Schritt, den Wenckschen Marsch. Diese Bewegung nach Westen war mehr als ein militärischer Rückzug. Sie war ein Versuch inmitten des Chaos einen geordneten Rückzug zu ermöglichen und zumindest einige deutsche Soldaten vor der drohenden Niederlage zu retten. Die spannende Geschichte von Walter Wenck wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen. Wenck wird am 18. September 1900 in der Lutherstadt Wittenberg in Deutschland geboren. Sein Vater ist Berufsoffizier, was Wenck schon früh in Berührung mit dem Militär bringt. Nach dem Ersten Weltkrieg tritt er 1919 als Fahnenjunker in die Reichswehr ein, wo er schnell aufsteigt. In den 20er Jahren besucht Wenck die Infanterieschule und dient dort in verschiedenen Einheiten. Seine Fähigkeiten und sein Engagement führen dazu, dass er 1934 zum Hauptmann befördert wird. Während des Zweiten Weltkriegs macht Wenck weiter Karriere. Er dient zunächst im Polenfeldzug 39 und im Westfeldzug 40, bevor er 1942 zum Oberst befördert wird und als solcher eine wichtige Rolle im Operationsstab des Heeres einnimmt. Aufgrund seiner innovativen militärischen Taktiken und seines analytischen Talents wird Wenck 1943 zum Generalmajor und 1944 zum Generalleutnant befördert. Schließlich erreicht Wenck 1945 den Rang eines Generals, wobei er diese Beförderung eher einem Zufall verdankt. Nach einem Vortrag bei Guderian im Führerhauptquartier übernahm der übermüdete Wenck in der Nacht vom 17. zum 18. Februar 1945 von seinem ebenfalls übermüdeten Fahrer das Steuer für die Rückfahrt zum Hauptquartier zur Heeresgruppe Weichsel. Er schlief während der Fahrt ein und krachte bei Atlansberg gegen eine Autobahnbrücke, woraufhin er am 6. April 1945 in das Führerhauptquartier befohlen und dort von Hitler zum General der Panzertruppen befördert wurde. Der Zufall bestand wohl darin, dass er eben durch diesen Unfall mit Hitler persönlich zusammengetroffen ist, Hitler ihn offensichtlich vom Namen her kannte und geschätzt hat und ihn dann spontan zum General befördert hat. Wobei das natürlich auch eben schon die absolute Endphase des Kriegs war und Hitler da immer wieder Entscheidungen getroffen hat, die seiner Umgebung auch rätselhaft geblieben sind. Jedenfalls wird Wenck dann als General zum Oberbefehlshaber der 9. 12. Armee, die dem 20. Armeekorps angehört, ernannt, was ihn im Alter von 44 Jahren zum jüngsten Armeeführer des Zweiten Weltkriegs macht. Und das kann man vielleicht noch anmerken, dass Hitler zu der Zeit vor allem auf junge Leute gesetzt hat, von denen er geglaubt hat, dass sie ihm fanatisch ergeben sind und bis zum Äußersten gehen. Drei Charakteristika kennzeichnen dabei die fast legendäre Division der 12. Armee. Ihre Soldaten waren zum Teil kaum ausgebildet. Der größere Teil hatte wohl eine mehr oder weniger gründliche Einzelausbildung absolviert. Zu einer Verbandsausbildung hatte die Zeit bei keinem Truppenteil mehr gereicht. Ihre Bewaffnung, Ausrüstung und Versorgung war unzureichend bis völlig ungenügend. Zum Zweiten verfügte die Armee Wenck vom Armee-Oberbefehlshaber bis hinunter mindestens in die Ebene der Bataillonskommandeure über Front erfahrene, meist hoch dekorierte Offiziere. Und zum Dritten besaßen die Männer dieser Armee, beileibe keine NS-Fanatiker und wohlwissend um die Trostlosigkeit der deutschen Gesamtlage, eine Kampfmoral, die der deutschen Wehrmacht in ihrer besten Zeit entsprach. Also sie waren wahnsinnig schlecht ausgerüstet, aber es waren erfahrene Offiziere und die Kampfmoral war hoch. Theoretisch sollte die 12. Armee als westlicher Schutzschild vor Berlin fungieren und etwa 200 Kilometer der unteren Elbe und Mulde halten, um einen Vorstoß der Amerikaner auf die Stadt zu verhindern. Also zunächst war sie gegen die Westmächte eingesetzt. Hierdurch sollte vornehmlich die Bevölkerung im Operationsgebiet beruhigt werden, um für das bald zu erwartende Kriegsende geordnete Verhältnisse schaffen zu können. Sicherlich auch im Hinblick darauf, dass man hoffte, die Westalliierten würden letzten Endes das eigene Operationsgebiet nach erfolgter Kapitulation besetzen. Die Beruhigung der Bevölkerung war umso notwendiger, als Momente der Panik sowohl durch die vielen Ostflüchtlinge als aber auch durch das rasche, fast ungehinderte Vordringen der amerikanischen Truppen in die ortsansässige Bevölkerung hineingetragen worden waren. Überdies wollte das AOK die sinnlose Zerstörung des für das Überleben der Bevölkerung notwendigen Industrie- und Versorgungspotenzials verhindern. So wurde zum Beispiel das für die Versorgung Berlins wichtige Elektrizitätswerk Golpa südostwärts von Dessau durch besondere Sicherungsmaßnahmen der Infanteriedivision von Hutten vor der Zerstörung bewahrt. Die Kampfkommandanten der größeren Städte hatten Befehl, die Verteidigung nur so lange zu führen, wie dies für die geplanten Operationen und Bewegungen der Armee wichtig war. Also Hitlers Nero-Befehl wurde da aktiv unterlaufen. Daher wurden Wittenberg, Brandenburg und Rathenhof zu einem Zeitpunkt aufgegeben, zu dem sie keinen operativen Wert mehr besaßen. Sie sind auf diese Weise ebenfalls vor der Zerstörung bewahrt worden. Ferner beabsichtigte das AOK, durch einen späteren Vorstoß auf Berlin möglichst vielen Menschen die Flucht nach Westen zu ermöglichen. Zudem hatte sich seit dem Beginn der sowjetischen Großoffensive am 16. April die Lage an der Ostfront außerordentlich zugespitzt. Bereits am 22. April erreichten sowjetische Spitzen südlich von Berlin die Linie Treuenprizen-Zossen. Im Norden Berlins wurde in Frohnau gekämpft, sodass die Einschließung der Stadt fast vollzogen war. Bis zum 25. April hatte sich die Ostlage weiter bedrohlich verschlechtert. Die Sowjets standen südlich von Potsdam und ostwärts von Brandenburg. Aufgrund des raschen sowjetischen Vorstoßes war es nicht mehr zum Einsatz der Division Jahn im Verteidigungsbereich von Berlin gekommen, sondern dieser Verband hatte sich zur Abwehr des sowjetischen Angriffs auf dem Truppenübungsplatz Jüterborg einrichten müssen und war nach harten Kämpfen ab 20. April über Luckenwalde in Richtung Potsdam zurückgetränkt worden. Bestand die Aufgabe des AOK 12 am 20. April laut Weisung des Wehrmachtsführungsstabes noch darin, durch Angriff gegen die Flanken, Rücken und Nachschub Verbindungen der 9. und 1. US-Armee den amerikanischen Vorstoß an der Elbe zum Stehen zu bringen, den Anschluss an die deutsche 7. Armee zu halten, um den Raum zwischen Elbe und Mulde als Ausgangsbasis für spätere Operationen zur Verfügung zu haben und eine starke Reserve hinter dem linken Flügel bei Jüterborg zu bilden, so änderte sich der Kampfauftrag der Armee am 22. April in geradezu dramatischer Weise. Während es an diesem Tag zunächst noch hieß, entscheid, ob das AOK 12 mit Schwerpunktern der Ost- oder Westfront kämpfen soll, ist noch nicht gefällt, so wurde der Befehl zum Entsatz der Reichshauptstadt offenbar innerhalb weniger Stunden später gegeben. Als Grund dafür muss ausschließlich die Entscheidung Hitlers in Berlin zu bleiben, die an diesem Tag viel gesehen werden. Der Vorschlag des Kommandeurs Jodels, die gesamte Front gegen die Amerikaner umzudrehen und die in diesem Bereich vorhandenen Truppen im Kampf um Berlin einzusetzen und dadurch den Entsatz der Reichshauptstadt zur militärischen Hauptaufgabe zu machen, wurde demnach von Hitler akzeptiert. Entsprechende Befehle für die erforderliche Umgruppierung wurden noch am selben Tag erteilt. Die Armee erhielt den Auftrag, sofort kampfkräftige Truppen in mindestens Divisionsstärke nach Osten abzudrehen und diese in der allgemeinen Richtung Wittenberg treuen Brizen zum Angriff bereitzustellen. Einzelheiten über Zweck und Ziel dieses Angriffs sollten noch befohlen werden. Einige Stunden später wurde der Befehl dadurch ergänzt, dass ein weiteres Herausnehmen kampfkräftiger Truppen aus der nach Westen gerechteten Front befohlen wurde, um diese ebenfalls für den Angriff nach Osten bereitstellen zu können. Die Armee wurde gleichzeitig angewiesen, Vorschläge über einzusetzende Stärken und einen Zeitplan zu machen. Der 9. Armee wurde bereits um 17.20 Uhr befohlen, durch einen Angriff nach Westen die Verbindung mit Wencks 12. Armee herzustellen. Am 23. April wurde die Entscheidung Hitlers, die Elbfront von Truppen fast gänzlich zu entblößen, der Presse bekannt gegeben. Eine, wenn man militärische Gründe berücksichtigt, nicht nur völlig überflüssige, sondern sogar schädliche Veröffentlichung. Doch durch die sehr schnelle und improvisierte Aufstellung der 12. Armee konnte ein sinnvolles Versorgungssystem weder aufgebaut noch nach Plan organisiert werden. Die Versorgung gründete sich daher vornehmlich auf die Nutzung zufällig im Operationsgebiet vorhandener Lager. Die dort gelagerten Vorräte wurden auch nicht durch den Oberquartiermeister der Armee verteilt, weil diesem die einzelnen Depots gar nicht bekannt waren, sondern die einzelnen Einheiten entnahmen den oft nur zufällig entdeckten Lagern ihren Bedarf. Der Mangel an Kraftfahrzeugen erlaubte auch keine laufende Versorgung der Truppe bis nahe der Kampflinien, sondern es wurden entweder Depots in Frontnähe aufgebaut, denen die Truppen die benötigten Güter entnehmen konnten, oder Munition und Verpflegung wurden unmittelbar an den Rückzugstraßen gelagert und waren dort für die Soldaten verfügbar. Dass dieses Funktionieren der Versorgung ein Höchstmaß an Improvisationsvermögen voraussetzte, ist selbstverständlich. So stand als Treibstoff für die Sturmgeschütze oft nur Fliegerbenzin zur Verfügung. Seine Oktanzahl musste wesentlich verringert werden, wozu es mit Öl- oder Dieselkraftstoff versetzt wurde, damit es für Sturmgeschützmotoren brauchbar war. Angesichts dieser Lage musste sich Wenck darüber klar werden, ob der befohlene Angriff zum Entsatz von Berlin überhaupt durchgeführt werden konnte. Die Befehle für das AOK waren jedoch klar und als am 23. April Keitel Wenck auf seinen Gefechtstand in der Oberförsterei Alte Hölle bei Wiesenburg aufsuchte, wurden diese mündlich wiederholt. Befreien Sie Berlin! Vereinigen Sie sich mit der 9. Armee! Hauen Sie den Führer heraus! Sein Schicksal ist Deutschlands Schicksal! Sie, Wenck, haben es in der Hand, Deutschland zu retten! Zitat Ende Dazu sagte Wencks Stabschef Reichhelm, Die 12. Armee stand in einem langen Schlauch zwischen den letzten beiden sich klar abzeichnenden deutschen Widerstandsgruppen im Süden und Norden. Die Verbindung zur Südgruppe musste mit dem inzwischen bereits befohlenen Abzug der letzten Kräfte des 48. Panzerkors über die Elbe zwischen Wittenberg und Dessau nach Norden aufgegeben werden. Es lag also nahe, den Anschluss nach Norden zu suchen. In diesem Fall gehörte der Schwerpunkt der Armee an den Nordflügel. Auf diese Weise wären auch die Kräfte der Armee auf engerem Raum zusammengefasst worden und es hätten für den Angriff mindestens zwei Armeekorps zur Verfügung gestanden. Wenn es der Heeresgruppe Weichsel gelingen könnte, eine Kräftegruppe südostwärts Fair Berlin zum Stoß von Norden auf Berlin zu versammeln, könnte in Verbindung mit dem Angriff der 12. Armee von Westen her eine Teilvernichtung russischer Kräfte nordwestlich Berlins möglich sein und die Rückzugsstraßen über Brandenburg, Gentin und Havelberg blieben für das Abfließen der rückwärtigen Truppen der 12. Armee und der Flüchtlingskolonnen noch für längere Zeit offen. Der Plan Wengs und Reichhelms wurde jedoch vom Führerhauptquartier abgelehnt, da die Lage um Berlin keinen Aufschub mehr zulasse und stattdessen der vom 20. Armeekorps zuvor vorgeschlagene Angriff aus dem Raum Belzig befohlen. Der Vorteil dieser Operation bestand darin, dass die erforderliche Umgruppierung in einer einzigen Nacht durchgeführt werden konnte. Der Nachteil eines solchen Angriffs war jedoch, dass dieser allein von den Verbänden des 20. Armeekorps getragen werden musste, die hierfür viel zu schwach waren. Weng war sich nach dieser Entscheidung darüber bewusst, dass die Verbindung seiner Armee auch nach Norden innerhalb kürzester Zeit unterbrochen sein würde. In dieser Situation fühlte er sich nunmehr berechtigt, selbstständig zu handeln. Zitat Reichhelms schreibt dazu Also sie kamen eigentlich damit diesem Ideal des preußischen Offiziers nahe, und das geht ja zurück auf das Zitat von Friedrich dem Großen, der gesagt hat, ich habe sie nicht nur zu Offizieren gemacht, dass sie einen Befehl befolgen, sondern dass sie auch wissen, wann man einen Befehl nicht befolgen muss. Und das haben die hier tatsächlich getan. Das eingeschlossene Berlin konnten wir mit unseren Kräften unmöglich befreien. Wohl aber konnte zahlreichen Menschen geholfen werden, indem wir ihnen durch einen entschlossenen Angriff einen Weg nach Westen öffneten. Den am 26. April geplanten Angriff in Richtung Potsdam hielt Wenk gegenüber den ihm in seinen Verbänden anvertrauten jungen Soldaten, die ihr Leben unmittelbar vor dem Ende des Krieges noch einmal einzusetzen hatten, für verantwortbar, weil es galt, Leben zu retten, und zwar die Verwundeten aus den Lazaretten im Operationsbereich der Armee, die Reste der 9. Armee, die Soldaten der Chorgruppe Reimann und natürlich auch die Flüchtlinge. Wenk bezeichnet daher diese letzte militärische Aktion der 12. Armee als Rettungswerk für die oben genannten Personengruppen, das durchzuführen eher entschlossen gewesen sei, nachdem er dessen Notwendigkeit erkannt hatte. Die 12. Armee hielt den Durchbruchsbefehl nach Berlin jedoch insgesamt weder aus militärischen Gründen für durchführbar noch aus humanitären Gründen für vertretbar. Seine Ausführung hätte mit Sicherheit Folgendes bedeutet. Die Verwundeten, deren Abtransport zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, die vielen Flüchtlinge im Operationsgebiet des AOK 12 und die Reste der 9. Armee hätten dem russischen Gegner überantwortet werden müssen. Auch militärisch war der befohlene Durchbruch aus folgenden Gründen nur schwer vorstellbar. Sämtliche Divisionen des 20. Armeekorps waren in harte Abwehrkämpfe verwickelt und hätten sich nur unter Schwierigkeiten nach einem vorgegebenen Zeitplan vom Gegner lösen können. Die Verbände der 12. Armee wären hier bei dem vorgegebenen Gelände sicherlich pausenlosen Angriffen durch die sowjetische Luftwaffe ausgesetzt gewesen, gegen die es kaum noch Abwehrmittel gab, was sehr hohe deutsche Verluste bedeutet hätte. Zum Überqueren der Gewässer aber fehlte das notwendige Pioniergerät. Die deutschen Truppen im großen Spreewald südöstlich von Berlin stellten eine unhandliche Mischung aus zerschlagenen Divisionen und verängstigten Zivilisten dar, die vor der Roten Armee flüchteten. Der Großteil stammte aus der 9. Armee von General Busse, dem 11. SS-Panzerkorps am Oderbruch und dem 5. SS-Gebirgskorps südlich von Frankfurt. Die Frankfurter Garnison, wie Busse gehofft hatte, schaffte es auch, sich ihnen anzuschließen. Aus dem Süden kam das 5. Korps, das bis zum Abbruch von Konews Vorstoß auf Berlin die Nordflanke der 4. Panzerarmee gebildet hatte. Die 9. Armee konnte weder aufgrund ihrer Lage noch ihres Zustandes den ihr am 23. April erteilten Befehl zum Angriff gegen die Ostflanke der gegen die Berliner Südfront vorstoßenden Sowjets noch den vom 25. April ausführen, der sie anwies, mit ihrem rechten Flügel entlang der Autobahn südlich Berlin nach Westen anzugreifen und sich mit Wenck zu vereinigen, um Berlin freizukämpfen. Busse jedoch war nach Rücksprache mit General Wenck entschlossen, westwärts durch die hohen Kiefernwälder südlich von Berlin auszubrechen. Er würde sich mit der 12. Armee zusammenschließen und beide würden sich zur Elbe zurückziehen. Busses Hauptproblem war, dass seine Nachhut in ständigen Kämpfen mit Schukows Truppen gebunden war und er warnte Wenck, dass seine Armee wie eine Raupe nach Westen dränge. Weder er noch Wenck beabsichtigten, weitere Leben zu verschwenden, indem sie Hitlers zunehmend hysterische Befehle befolgten, nach Berlin vorzustoßen. Busse hatte kurz nach Mitternacht am 25. April die Erlaubnis erhalten, selbst über die beste Angriffsrichtung zu entscheiden. Von da an verfolgte er eine Nelsonsche Taktik und ignorierte die meisten Funksprüche, obwohl in vielen Fällen die Funkverbindungen tatsächlich unterbrochen wurden. Seine Männer und die Zivilisten, die bei ihnen Zuflucht gesucht hatten, hatten praktisch keine Lebensmittel mehr. Fahrzeuge wurden so lange in Bewegung gehalten, bis sie keinen Treibstoff mehr hatten oder kaputt gingen, dann wurden sie zerstört oder zur Ersatzteilgewinnung ausgeschlachtet. Er hatte jedoch noch 31 Panzer, ein halbes Dutzend Panther von der Kurmark, die Überreste von General Hans von Lücks 21. Panzerdivision und etwa 10 Königstiger vom 502. SS-Schwere-Panzerbataillon. Diese hoffte er als Speerspitze zu nutzen, um durch die rückwärtigen Linien von Konevs Truppen zu brechen, die Berlin angriffen. Ihre Treibstofftanks wurden durch Absaugen von verlassenen Lastwagen am Straßenrand aufgefüllt. Seine verbleibende Artillerie würde ein Eröffnungsfeuer mit ihren letzten Granaten abgeben und dann ihre Geschütze sprengen. Wenk hatte zwischenzeitlich durch Funkaufklärung die günstigste Durchbruchstelle herausgefunden. Es war der Raum Belitz. Das Erreichen dieses in Aussicht genommenen Durchbruchraumes bedeutete für die 9. Armee einen Marsch von über 60 Kilometern durch feindliches Hinterland. Ein solcher Vorstoß konnte nur erfolgreich sein, wenn es gelang, das von den Sowjets besetzte Gebiet rasch zu durchqueren, um wirksame Gegenmaßnahmen der Roten Armee auszuschließen. Das wiederum bedeutete für die Truppe Tag- und Nachtmärsche ohne Unterbrechung, was diese sicherlich noch zu leisten imstande war, aber für die in diesem wandernden Kessel mitmarschierenden Zivilisten eine fast nicht zu bewältigende Belastung bedeutete. Der erste Versuch, zu Wenk durchzubrechen, wurde am 25. April unternommen. Ausbruchsrichtung war die Mitte der Linie zwischen Merkisch-Buchholz und Luckenwalde. Die Angriffsspitze bildeten Panzer, die eine Lücke in den Einschließungsring zu schlagen hatten. Sie fuhren aber entgegen ihrem Befehl auf die Infanterie zu warten, davon und brachten sich selbst in Sicherheit, ohne Rücksicht auf den Rest der Armee. Da die Panzerspitze davon fuhr, bevor die nachfolgende Infanterie die Durchbruchstelle gesichert hatte, brachten die Sowjets den unter großen Verlusten vorgetragenen deutschen Angriff zum Stehen. Die Erschöpfung der Soldaten sowie Mangel an Munition und Treibstoff machten sowohl einen neuen Ausbruchsangriff als auch längeres Durchhalten fast unmöglich. Für die Truppe besonders belastend war die Not der im Kessel zusammengedrängten Zivilbevölkerung. Während der schweren Kämpfe dieses ersten Ausbruchsversuches erreichte das AOK am 27. April ein Fernschreiben Keitels, in dem er ausdrückte, der Führer in Berlin erwarte, dass die Armeen ihre Pflicht tun und die Geschichte und das deutsche Volk jeden verachten werden, der in dieser Lage nicht das Letzte einsetzt, um die Lage und den Führer zu retten. Artilleriekommandeur Jodel funkte wenig später an Busse und Wenk, der Führer habe befohlen, dass konzentrische Angriffe der 9. und 12. Armee nicht nur der Rettung der 9. Armee, sondern vorwiegend der Rettung Berlins dienen müssen, ferner, dass die 9. Armee über Trebin nach Norden eindrehen und Verbindung mit der 12. Armee herstellen sollte. Auch diese Befehle beantwortete die um ihr Überleben kämpfende 9. Armee nicht mehr. Am Morgen des 26. April fand Busses Vorhut, die durch Halbe vorstieß, zufällig den schwachen Punkt zwischen den beiden Armeen. Sie überquerten die Autobahn und erreichten die Straße Barut-Zossen, die die Nachschublinie zu Rübalco in Berlin war. General Lutschinski musste zur Abwehr der Gefahr sogar die 50. und 96. Garde-Schützendivisionen in einen Gegenangriff schicken, ohne Informationen über die Lage. Die Kämpfe waren chaotisch, aber schwere Bombenangriffe und Tieffliegerangriffe der 2. Luftarmee sowie unermüdlich Gegenangriffe am Boden zwangen viele Deutsche zurück über die Autobahn in den Halberwald. Die Panzerbesatzungen stellten fest, dass ihre Ketten auf dem sandigen Boden des Kiefernwaldes keinen Halt finden konnten und mussten die Waldwege wegen der ständigen Luftangriffe fortan meiden. Die Gruppe, die es schaffte, sowohl die Autobahn als auch die Straße Barut-Zossens zu überqueren, wurde von einem Luftwaffenflugzeug entdeckt. Dieses wurde sofort der Heeresgruppe Weichsel und General Jodel gemeldet. Hitler war wütend, als er hörte, dass sie westwärts marschierten, konnte aber immer noch nicht glauben, dass Busse es wagen würde, ihm zu widersprechen. Ein weiterer Funkspruch wurde in dieser Nacht über Jodel gesendet. Hitlers einseitiges Loyalitätsverständnis wurde dort perfekt offenbart. Zwar wurde der Funkspruch in dieser Nacht und am folgenden Tag mehrmals wiederholt, aus dem Wald kam aber keine Antwort mehr. Der Rückzug wurde in ununterbrochenen Tag- und Nachtmärschen durchgeführt, wobei die Divisionen bemüht waren, ihre Bewegungen zu verschleiern, um jedem vermeidbaren Kampfkontakt, der die Rückzugsbewegung nur verzögert hätte, aus dem Weg zu gehen. Die Kämpfe der Nachruten wurden in der Form von Verzögerungsgefechten geführt. Zum Verminern der aufgegebenen Gebiete, das sich angeboten hätte, stand nicht mehr genügend Material zur Verfügung, ebenso fehlte den Nachruten für Dauergefechte bereits die Munition. Am 3. Mai hatten sich die Verbände der 12. Armee planmäßig in den Brückenkopfraum zurückgezogen. Wenk musste jetzt versuchen, die Amerikaner zu bewegen, die Kapitulation der Armee anzunehmen, um seine Truppen dann auf das Westufer der Elbe hinüber zu retten. Hinzu kamen noch die vielen Flüchtlinge, die es ebenfalls galt, dem Zugriff der Sowjets zu entziehen. Gleichzeitig beabsichtigte Wenk, den Widerstand im Brückenkopf so lange fortzusetzen, bis dieser vollständig geräumt war. Am Mittag des 3. Mai begab sich General von Edelsheim in Begleitung eines Sonderstabes mit einem Schwimmwagen zu den Amerikanern auf das westliche Elbrufer. Er nahm dort auf dem Gefechtsstand des 405. US-Infanterieregiments Kontakt zum Stab der 102. US-Infanteriedivision auf und übergab ein Schreiben Wenks an den OB der 9. US-Armee, das folgende Bitten enthielt. 1. Übernahme der deutschen Verwundeten, Herüberlassen der Zivilbevölkerung, insbesondere der Frauen und Kinder, auf das westliche Elbufer. 2. Übernahme der Soldaten ohne Waffen, nach Beendigung des Kampfes der Armee, Übernahme der geordneten Verbände als aufrechte Soldaten zur Verfügung des amerikanischen AOK. Der deutschen Seite wurde mitgeteilt, dass erst am 4. Mai um 8 Uhr mit einer amerikanischen Entscheidung gerechnet werden könnte. Am Vormittag des 4. Mai begannen die Gespräche im Rathaus von Stendhal. Die Übernahme der Verwundeten wurde unter der Bedingung genehmigt, dass die deutsche Seite zuvor ausreichendes Personal, Einrichtungen und Medikamente auf das Westufer verbringen würde. Das Herüberlassen von Flüchtlingen wurde ohne Begründung abgelehnt. Die Übernahme der Soldaten ohne Waffen sowie der Kampfverbände wurde zugesichert, falls diese ausreichend Verpflegung mit sich führen würden. Also die Amerikaner wollten offensichtlich nur die deutschen Soldaten, weil sie vielleicht noch darauf spekuliert haben, dass man die noch brauchen kann gegen die Sowjets. Auf jeden Fall, die deutschen Flüchtlinge wollten sie nicht und haben die ihrem Schicksal überlassen. Neue, offenbar von deutscher Seite, während der Gespräche eingeführte Bitten, wie Bau einer Pionierbrücke beziehungsweise Ausbau der gesprengten Brücke bei Tangermünde, sowie materielle und personelle Hilfe durch die Amerikaner beim Flussübergang wurden abgelehnt. Für den Fährverkehr über die Elbe sind folgende Übergangsstellen genehmigt worden. Schönhausen, Tangermünde und Ferchland. Gleichzeitig nahmen die Amerikaner die Ankündigung Wencks, gegen die Sowjets weiterkämpfen zu wollen, stillschweigend zur Kenntnis. Für Wenck bedeutete diese Duldung insoweit eine Unterstützung, als dass er dadurch Zeit gewann, innerhalb derer er fast seine gesamte Armee auf das Westufer der Elbe verbringen konnte. Diese amerikanische Haltung war dem sowjetischen Verbündeten gegenüber zweifellos nicht korrekt. Dass die Amerikaner Wencks Kapitulation entgegennehmen durften, ist unstrittig. Es könnte vermutet werden, dass die amerikanische Duldung weiteren deutschen Widerstandes gegen die Rote Armee einen Protest der Sowjets auf höchster Ebene zur Folge gehabt hat und daher, als eine Art Ausgleich für die Russen, Teile der 12. Armee später an sie ausgeliefert wurden. Für eine solche Hypothese fehlen allerdings die Belege. Nachdem die Delegation der 9. US-Armee der Aufnahme der deutschen Soldaten zugestimmt hatte, begann am Morgen des 5. Mai der Abfluss der Verbände Wencks nach Westen. Ungeachtet dessen operiert Hitler in seinem Berliner Führerbunker immer noch mit Armeen und Divisionen, die allenfalls dem Namen nach noch vollwertige Kampfverbände sind. So befiehlt er einer nur auf dem Papier existierenden Armeegruppe unter dem SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Felix Steiner von Norden auf Berlin zu marschieren, was dieser unterlässt. Daraufhin erteilt der Führer, der gerade gegen eindringende polnische und sowjetische Verbände in Ostsachsen erfolgreich vorgehenden Heeresgruppe Mitte des Generalfeldmarschalls Ferdinand Schörner den Befehl, nach Norden auf Berlin zu marschieren. Doch auch dieser Angriff kommt nie zustande. Ein Tag später erreichen die Spitzen der 12. Armee Ferch am Schwilo-See. Von hier sind es noch 15 Kilometer bis Potsdam und 30 Kilometer bis zum Rand des Berliner Kessels. Doch für einen weiteren Vormarsch reichen die Kräfte nicht. Stattdessen werden Wencks abgekämpfte Verbände nun selbst durch Angriffe seitens der zahlenmäßig hoch überlegenen sowjetischen Truppen bedroht. In der Nacht zum 30. April geht ein Funkspruch des Chefs des Wehrmachtsführungsstabes, Generaloberst Alfred Jodel, bei Hitler ein. Spitze Wenk liegt südlich Schwilowsee fest. 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Damit sind auch Hitlers letzte Endsieg-Fantasien geplatzt. Noch am selben Tag begeht er im Führerbunker Selbstmord. In US-Gefangenschaft erlebt Wenk kurz darauf die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa mit. Wenk, der die Mehrzahl der blutjungen Soldaten der 12. Armee statt im Kampf um Berlin zu verheizen, über die Elbe in amerikanische Gefangenschaft geführt hat, erlebt die deutsche Wiedervereinigung am 30. Oktober 90 nicht mehr mit. Er stirbt 1982 bei einem Autounfall in Österreich. Der Vorstoß der 12. Armee am 6. April 1945 war der letzte größere deutsche Angriff im Zweiten Weltkrieg. Die Operation musste ohne Unterstützung durch Panzerverbände, Luftabwehr und Luftwaffe, die es nicht mehr gab, durchgeführt werden. Es standen nur noch wenige schwere Waffen zur Verfügung, die Motorisierung der Armee war unzureichend. Die Soldaten des diesen Angriff tragenden Armeekorps verfügt nur über eine mangelhafte Ausbildung. Die Ausrüstung mit Infanteriewaffen war zwar befriedigend, jedoch fehlte zum Teil bereits die Kenntnis der Bedienung von MGs. Wenk gelang es durch geschickte Funkaufklärung, die schwächsten Stellen des Gegners herauszufinden und dort den Vorstoß in Richtung Potsdam anzusetzen, sowie Busse die günstigste Durchbruchstelle mitzuteilen. Hierbei wurden offenbar stets die Nahtstellen der sowjetischen Verbände erkannt, der Gegner dort angegriffen und zum Ausweichen oder Zurückgehen gezwungen. Es ist in diesem Zusammenhang interessant festzustellen, dass die offizielle sowjetische Geschichtsschreibung den Durchbruch Busses zu Wenk bis heute nicht zugibt. Die russischen Truppen wichen vor dem deutschen Angriff in Richtung Osten zurück und gaben damit den Weg nach Berlin frei. Es ist zu vermuten, wenn gleich aufgrund fehlender sowjetischer Quellen nicht mit letzter Sicherheit zu belegen, dass der Raum bis zum Südrand der Stadt nur noch von schwachen Kräften des Gegners besetzt und daher vielleicht kurzfristig ein Durchbruch nach Berlin möglich gewesen wäre. Wenk verzichtete aber, und hier liegt der große dramatische Knoten der gesamten Operation, auf einen solchen rein äußerlich gesehen fantastischen, aber im Endeffekt sinnlosen Erfolg, der nur nutzlose Opfer gekostet hätte. Also er zeigt sich hier wirklich als verantwortungsvoller Offizier. Der Einsatz der 12. Armee, die weitgehend aus den jüngsten Soldaten der Wehrmacht bestand, wirft die Frage nach der Verantwortbarkeit eines solchen Einsatzes auf. Konnte es die Armeeführung in dieser militärisch hoffnungslosen Situation überhaupt noch verantworten, die jungen Soldaten in einen Kampf zu schicken, der für viele von ihnen den Tod bedeutete? Diese Frage muss uneingeschränkt bejaht werden. Wie dargestellt, hatte Wenckes abgelehnt, mit den Divisionen seines 12. Armeekorps nach Berlin hineinzustoßen, weil er sicher annahm, dass seine Verbände, falls dieser Durchbruch in die Stadt gelänge, in einem sinnlosen Straßenkampf vernichtet würden. Hierdurch hätte also weder Berlin entsetzt, noch eine militärische Wende des Krieges herbeigeführt werden können. Als Beispiel für die gute soldatische Haltung der Männer der 12. Armee mag folgendes gelten. Beim Anmarsch in den Aufstellungsraum der Panzerjagdabteilung Scharnhorst führte der Weg den Kommandeur und etwa 80 Mann, die ihm neu zugeteilt und daher weitgehend unbekannt waren, über das nach einem Luftangriff brennende Magdeburg. Da alle Soldaten Magdeburger waren, der Anschlusszug erst am nächsten Morgen fuhr, baten die Männer ihren Kommandeur um Urlaub, der mit Bedenken gewährt wurde. Beim Antreten am darauffolgenden Tag fehlte nicht ein Soldat. Wenk konnte gerade junge Leute begeistern. Er war viel an der Front und wirkte durch sein Beispiel. Der Armeeführer fuhr mit seinem Grat zu den Frontlinien. Hier erklärte er den Soldaten, weshalb dieser Kampf geführt werden musste. Er appellierte an ihr Kameradschaftsgefühl und die daraus resultierende Verpflichtung, die eingeschlossenen Kameraden freikämpfen zu müssen. In diesen letzten Tagen, durch die Person Wenks repräsentiert, war also noch etwas sehr Wesentliches bei dieser Armee voll intakt, das gegenseitige Vertrauen zwischen Offizieren und Soldaten, ohne dass eine Truppe zerbricht und welches vielleicht eine engere Bindung herstellt, als ein Eid es vermag. Die Armee unter General Walter Wenk spielte eine entscheidende, wenn auch oft übersehene Rolle im Endstadium des Zweiten Weltkriegs. Obwohl Wenk und seine Männer nicht verhindern konnten, dass Berlin viel oder den Ausgang des Krieges entscheidend beeinflussten, unterstreicht ihre Handlung die menschlichen Dramen und die komplexe Realität der letzten Kriegswochen. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Bemühungen, selbst unter den extremsten Umständen noch strategisch zu agieren, werfen ein Licht auf die Verzweiflung und die heroischen Bemühungen der deutschen Streitkräfte in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Wenks strategische Flexibilität und sein Einsatz für seine Soldaten und Zivilisten, trotz der offensichtlichen Aussichtslosigkeit der Situation, hinterlassen ein Erbe der Menschlichkeit und des Mutes in einer Zeit des Chaos und des Untergangs. Und wie schwer diese Entscheidungen wohl waren, wo man ständig abwägen musste, wie man mehr Opfer vermeidet, wie man zwischen schlecht und noch schlechter auswählt, das ist glaube ich durch die Darstellung dieser letzten Kriegstage hoffentlich deutlich geworden. Das war Folge 217 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein paar Wochen später drückte uns der Schulleiter das Abizeugnis in die Hand. Die Dorsch stand mit gefalteten Händen daneben und ich glaube, sie freute sich mehr darüber, dass alle bestanden hatten als wir. Wahrscheinlich, weil sie uns endlich los war. Mein Dad, Mike und die Muhr hatten sich die Zeugnisvergabe natürlich nicht entgehen lassen. Mein Dad konnte vor Erleichterung, dass ich bestanden hatte, kaum laufen und auch die Muhr war selig. So hatten sie dank meiner Wenigkeit wenigstens einen kurzen Glücksmoment, ehe sie wieder im Stellungskrieg ihrer Scheidung versanken. Aber da heute, wie mein Dad betonte, mein Tag war, hielt er sich bis auf ein paar spitze Bemerkungen zurück. Selbst Mike freute sich für mich, obwohl mein Abischnitt um 0,4 besser war als seiner. Wir gingen dann noch zusammen essen. Die beiden versuchten auf Sonnenschein zu machen, aber es war trotz allem ziemlich frostig. Mike und ich verdrückten eine Mega-Pizza. Anders war es nicht auszuhalten. Ich weiß nicht, ob meine Muhr und mein Dad jemals wieder normal miteinander reden können. Im Augenblick sah es nicht danach aus, obwohl sie sich alle Mühe gaben. Ich stellte mir kurz vor, wie es wäre, wenn Hannah und ich jetzt am Tisch säßen. Das wäre auch nicht besser. Mit dem Verzeihen ist das einfach so eine Sache. Wenn man es nicht kann, geht es halt nicht. Und vielleicht ist es dann besser, man brüllt sich an oder man geht sich einfach aus dem Weg. Es gibt eben Probleme, für die gibt es keine Lösung. Das war ein Gedanke, bei dem ein Erwachsenenrat gleich mal wieder einen Gang hochschaltete. Warum konnte man nicht immer jung bleiben ohne solche Scheiß-Probleme? Sowas ähnliches dachten glaube ich alle und dementsprechend verlief auch unser Abiball. Alle hatten sich für den Abend in Schale geworfen und natürlich hatten die Bros und ich bereits gründlich vorgeglüht. In der Aula wurde heftig abgetanzt und Julia warf mir immer wieder einen Blick zu, aber ich hatte das Gefühl, es sei gut, sie noch ein wenig auf Distanz zu halten. Außerdem wurde ich von Greg und Tim in wilde eingeborenen Tänze verwickelt, denen rasch alle unsere Jacketts zum Opfer fielen. Höhepunkt war dann natürlich das große Lagerfeuer auf dem Lehrerpark. Viele SchülerInnen in Bayern sind bald an einem ähnlichen Punkt. Die Abiprüfungen sind vorbei und jetzt können sie erstmal den Sommer genießen, bevor die Noten kommen und der Ernst des Lebens losgeht. Für unseren Protagonisten Nick geht es nach dem Abi aber gleich ziemlich heftig weiter. Denn jetzt muss er sich den Problemen stellen, die er während dem ganzen Lernstress verdrängt hat. Dazu gehören zum Beispiel seine Gefühle für Hannah, die auch da noch nicht weg sind, wenn er mit Julia die perfekte neue Freundin an der Seite hat. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, nochmal in die Gedankenwelt eures Teenager-Ichs einzutauchen, dann lest mit uns diesen Sommer die Mur-Checkt's nicht von Christoph Fromm. Weitere Infos findet ihr auf www.primeroverlag.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.